Hier sehen wir Nadine mit ihrem Rudel auf einem entspannten Spaziergang. Viele Hundehalter denken, dass ihre Hunde viel Action und vor allem körperliche Auslastung brauchen, um ausgeglichen zu sein. Wir von Kommunikation Hund sehen das anders. Hunde brauchen Entspannung und Ruhe. Zeit zum Schnüffeln und Dinge ansehen, um sich mit der Umgebung auseinandersetzen und nachdenken zu können. Nur so ist es möglich, dass Mensch und Hund mental miteinander verbunden sind und beide auf die Signale des anderen achten und eingehen. Durch langsames Gehen mit dem Hund können wir seine Körperspannung herunterfahren und durch entschleunigtes Unterwegssein Ruhe in nervöse Hunde bringen. Aussenreize wie Jocker, Hunde, Autos und alles, was uns draussen begegnet, lassen sich mit einem entspannten Hund viel leichter bewältigen. In diesem Video sehen wir sehr schön, wie der erfahrene führende Leithund Leo, das ist der braune Hund, sein Rudel in einem ruhigen Tempo vorwärts bewegt, so dass jeder Zeit hat, sich mit der Umgebung auseinanderzusetzen und trotzdem alle schön miteinander in Kontakt bleiben. Möchtest du mehr darüber erfahren, wie wir mit unseren Hunden unterwegs sind und mit ihnen durchs Leben gehen? Dann folge uns auf den verschiedenen Kanälen und zieh dir weitere Videos von uns an. Infos über unsere Arbeit und Seminartermine findest du auch auf unserer Homepage. Und dann folge uns an. Infos über unsere Arbeit und Seminar. werden wir hier imid38arteninfluft starten. Untertitelung des ZDF, 2020